Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem Highlight. Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ihr seht jetzt hier gleich einen Zocker, den ihr wahrscheinlich alle durch den YouTuber MontanaBlack88 kennt. Ich bin hier in einem Live-Kommentary und ihr werdet gleich sehen, dass er mich gleich verfolgen wird und mich einfach grundlos angreift. Genau wie es MontanaBlack88 bei dem Agent007 gemacht hat. So, jetzt läuft der Kunai-Sfex hier noch ein bisschen rum. Es ist eigentlich ganz normal wie immer. Nur dieser Kunai-Sfex ist ein Abonnent von MontanaBlack88 und ist in der sogenannten Subbox. Die kennt glaube ich jeder. Das ist rechts bei YouTube immer zu sehen hier. Zum Beispiel wenn man jemanden gut empfehlen will oder wenn man zum Beispiel eine Empfehlung bei einem YouTuber machen will, kann man das ja machen. So, Kunai-Sfex sucht jetzt erstmal nach mir. Da hat er mich schon gefunden. Dachte, ich bin nach vorne gerannt. Hab aber noch keinen einzigen Schuss da gelassen. Und er verfolgt mich. Verfolgt mich weiter. Jetzt lass mich mal in Ruhe hier. Ne. Der drängt mich in die Ecke. Ne jetzt, oder? Und da könnt ihr sehen, was das für eine Masche ist. Ich will jetzt hier die ganze Zeit raus. Will aber jetzt hier nicht einen Schuss abfeuern, weil ich möchte diesen Kunai-Sfex-Typen nicht töten. Das will ich nicht. Ich will das nämlich nicht noch schlimmer machen. Weil wenn ich jetzt Hass gegen Hass mache, dann verschlimmere ich die ganze Sache. Hey, Kunai-Sfex. Hey, yo. Hey, du bist zwar ein Abonnent von MontanaBlack88, aber der verarscht dich. Glauben nicht die Lügen, was du gehört hast, Mann. Du, guck mal. Du manipulierst hier gerade ein Spiel. Und ich hab den auch getroffen, den Montana, äh, ja, Black88. Hier hat gleich auch auf mich geschossen, als ich gezockt habe. Leider hat die Elgato wiederum gespackt, wie immer. Und konnte das natürlich jetzt nicht filmen. Bilderweise gibt es keinen Kinomodus darauf. Und das ist ganz, ganz furchtbar, was hier gerade passiert. Ach, sagen wir was. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich glaube, jetzt wehre ich mich einfach mal. So, Kunai-Sfex. Jetzt müsstest du eigentlich... Jetzt könnt ihr gleich mal sehen, was... Jetzt kommt die coole Killcam. Jetzt pass mal auf. Oh. Habt ihr gesehen? Jetzt sah es gerade so aus, als YouTube Gamescom einen, äh, Dingsbums, einen, äh, Abonnenten von YouTube, äh, von, äh, MontanaBlack88 so angreift, als ich so nach unten geschossen habe. Genauso hat auch, äh, MontanaBlack88 die Geschichten umgedreht zu dem Agent 007 Modern Warfare. Und jetzt könnt ihr das nochmal sehen. Boah, jetzt muss ich das echt nochmal machen. Der muss mich jetzt erstmal suchen. Guck mal, der sucht mich jetzt automatisch. Automatisch sucht er mich. Das ist nämlich die Masche von diesem Kunai-Sfex. Ah. Ah, der war ja schon tot. Da konnte er mich ja gar nicht mehr sehen. Auf jeden Fall sag ich tschau, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Ich habe jetzt mal die Wahrheit aufgedeckt. Grüße den ganzen klaren Libanon-Elite und natürlich meine ganzen Abonnenten. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.